hallo und herzlich willkommen zurück zu rounded das ist nicht toll aus als ob da oben irgendwie eine lampe über der burg ist okay was machen wir heute ich brauche mal die tür fertig was fehlt sprösslinge ok gut nicht das thema rösslinge bestimmt noch so dass hier sollte fertig werden 149 dingel haben wir noch so in der mitte sollte das ja gar nicht so sein das sollte ja hier weg was das muss natürlich auch weg so okie dokie das war weg und würde ich denn nicht hier auch noch der ist doch unnötig der ist dann unnötig genau doch das komplett unnötig er kommt weg ja na komm egal noch ein bisschen was ich bin dann endlich bald fertig endlich bald ich bin dann endlich fertig mit dem ding geboten hier noch einmal hin okay Ich glaube, jetzt ist es fertig. Oder? Hier geht man hoch. Tür, Tür. Ach nee, da fehlt noch ein bisschen was. Hier so hoch. Äh, was fehlt? Grube Seile. Halt dich doch nicht aus. Na ja, dann packe ich schon mal die Stängel darin. Ähm, der ist aber wohl unnötig. So. Ah, uns fehlen nur noch grobe Seile. Was hier hochkommt. Guck an. Was ist das? Halbpohrpilzwand B. Genau. Grobe Seile. Wo kriegt ihr eine grobe Seile hier? Können wir schön drum herum laufen? Ist das A von der Halbpohrpilzwand? Nee, ist es nicht. Okay. Halbpohrpilzwand B. Geht hier noch ran. Oha. Die anderen Türme. Da fehlt es ja auch noch. Ja, Hauptsache der große Turm ist jetzt mal fertig. Fast. Da ist es dann der Burgfried oder Bergfried. Da ist der Bergfried oder Burgfried. Burgfried. Da ist der Burgfried. Hallo, Fried. Also, es gibt noch viel zu tun. Eine Pilzziegel mehr? Äh, so weit weg. Ist das doof. Okay, da, okay. Da. Äh. Hat der nicht gerade grobe Seile? Gezeigt. Also, jetzt aber. Da muss das doch auch gehen. Äh? Warte, warte. Ein bisschen weiter wegstellen. Wie ist der? So geht das. Und wenn ich mich hier ein bisschen weiter wegstelle, dann geht das auch. Okay, gut. Perfektomundo. Da noch eine Tür hin. Grobe Seile, ne? Werden angezeigt. Hier oben nicht, ne? Doch. Aber. Da nicht mehr, ne? Äh. Wo hat's denn hier noch gehapert? Hier noch irgendwo gehapert. Hier kommt man hoch. Und schon überlegen, hier noch was hinzubauen, ne? Im Gefall kommt da noch was hin. Hier so ein Geländer hinzumachen. Vielleicht. Halbhohnpilzwand, so. Okay. Ganz Pilswand dahin. Ganz Pilswand dahin. Finde sieht ganz gut aus. Und hier? Hier mit einem Pilswand dahinter, ne? So in etwa. Das sieht aber irgendwie. Und steht das hier über? Komm her. Versuch's mal nochmal mit zweihalben. Und die Börse. Äh. Nicht unbedingt, ne? Also, die Treppe ist minimal schmäler als so eine Wand. Nicht ändern. Warte, aber. Hier, hochgehe. Können wir hier nochmal ein Geländer hinbauen. So. So. Hier oben? Auch, ne? Da kommt noch ein Geländer hin. So. Dann geh ich hier raus. Dann müsste ein Geländer dahin. Dann nicht ein Geländer. Baut es mal noch nicht. So. Und hier, damit man nicht runterfallen kann. Eigentlich auch. Problem ist. Hier rauskommen. Kann ich dann dann hier noch vorbeilaufen. Auch zuerst mal Pilzziegel. Hier geht's auch nicht. Hier wird's gehen. Okay. Oh. Okay. Okay. das passt ja so wird nur noch hier 20 pilzziegel es wird immer weniger okie dokie jetzt hier und hier ja jetzt nimm das in das grobe sein macht er nicht will er nicht war kein bock hier kommen die dinge denn hier unten der spinne ist kann man nämlich von hier aus abwehren so war der gedankengang warte mal warte mal warte mal warte mal habe ich nichts mehr so komme ich denn hier eigentlich doch hier auch wusste ich doch das muss alles weg kann ich natürlich hier kein geländer hin machen sonst komme ich da nicht lang guter man überlegt hier wird nicht überlegt weiß drauf bleibt so nicht dramatisch ok guck an ist fast alles leer so dann bin ich hier aber ruhig wenn der turm fertig ist ist er fertig ist noch kein ziel mehr drin ok wird dann werde ich das wieder aufladen wenn es denn welche gibt okie dokie ich welche dabei hat der saft und hier drin finde ich aber entrücken da brauche ich nämlich nur die ziegel reinballern dann sollte das so passen ok so der turm ist soweit fertig ok sieht noch ein bisschen schnörkellos aus oder ob es auch der boden stimmt jetzt ok dann bedanke ich mich fürs zuschauen wir sehen uns morgen gehabt euch gut und tschüss tschüss tschüss